Und weiter geht's, der uns gerade die 14, 19 geschmissen hat, beziehungsweise mir, noch mal 4 Euro hinterher und eine Serie gewendet. Geben wir mal auf 80 Cent insgesamt, gucken wir mal, ob er mal eine Serie raus ist, Leute. Geben wir mal auf 80 Cent. Hm, wird noch mehr Bücher sein dürfen. Jetzt wird er wieder sehr ruhig. Na komm, die 86 Euro wären jetzt mal nice. Als ob der mir Gold geben würde. Bestimmt einen davor oder so. Na, was hab ich gesagt? Na, was hab ich gesagt? Na, so klar. Ein bisschen Spielgeld mit mir. 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 Ein bisschen mehr aufs Spiel. Vielleicht reißen die Spiele ja mal mehr. Ein bisschen Spielgeld mit mir. Ein bisschen was zusammen haben. Ein bisschen. Ein bisschen Spielgeld mit mir. Hättet ihr doch mal ein bisschen was rumgefahren. So, jetzt aber. Ich brauche mal einen Schluck Wasser. Ein kurzes Vergnügen. Ja. Mach doch Motor. Hau mal einen raus. Hau mal einen raus. Jetzt will er mich flexen. Dann haben wir noch kleinen Kramier. Immer 36 Cent. Hau mal einen raus. 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 Gucken ob der Seven vielleicht nochmal was machen mag. Zwei drunter auch nichts. Zwei drunter auch nichts. Okay. Komm jetzt, hau den Silber dann dafür noch raus. Komm wahrscheinlich erst irgendwo bei 120 oder so. Das auf dem Einsatz. Okay. Schön den Sevens Gitter nachgedreht. Und Ende. Buh. Eine ganze Menge Pyramiden. Aber es würde mir nichts bringen, oder? Nein. No. Bringt leider nichts. Komm jetzt. Schade. Nicht mal 12. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war's für heute. Oh Mann, war das ein Kampf. Na gut, bis später.